Der Preis der Playstation 5 hat sich komplett geändert, denn die PS5 ist viel günstiger als erwartet. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf Snipes Gaming. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne mal ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online ist. Denn gerade so ein heißes Thema wie jetzt sollte man nicht verpassen, denn der Preis der Playstation 5 ist jetzt offiziell. Vor einigen Tagen ist man noch fest davon ausgegangen, dass die Playstation 5 einen Preis zwischen 700 und 800 Euro haben wird, aber nein, so teuer ist sie tatsächlich nicht. Denn jetzt können wir wieder fröhlich aufspringen und uns erfreuen, denn sie ist günstiger als erwartet. Bevor ich jetzt den Preis nenne, vergisst bitte nicht die anderen Videos auf diesem Kanal abzuchecken, uns würde es auf jeden Fall freuen und lasst bitte ein Like da, wenn euch das Video gefallen sollte und teilt es mit euren Freunden. So, damit sich dieses Video jetzt aber nicht unendlich in die Länge zieht, wie bei manch anderen YouTubern, haue ich jetzt einfach mal raus. Die Playstation 5 Standard Edition kostet nur 499 Euro. Ist zwar schon teuer, aber deutlich günstiger als erwartet. Deutlich. Und das ist die Version mit dem Laufwerk. Die PS5 Digital Edition kostet nur 399 Euro. Heißt 100 Euro billiger, wie ich es schon bei den hohen Preisen vermutet habe, dass sie 100 Euro weniger kostet. Und jetzt kommt der springende Punkt. Obwohl der PS5 Controller deutlich höher verarbeitet ist von den Kosten her als der PS4 Controller, hat er einen deutlich günstigeren Preis. Denn der PS5 Controller kostet nur 49,90 Euro. Und da lohnt es sich dann auch, einen PS5 Controller nachzukaufen. Weil er nicht allzu überteuert ist, muss man dann auch nicht ewig in sein Portemonnaie gucken und auf das letzte Scheinchen warten. Kommen wir jetzt noch kurz und knackig zu einer anderen meistgestellten Frage zur Playstation 5. Wann kommt sie denn auf den Markt? Denn das ist, um genau zu sein, noch relativ unklar. Es gibt Vermutungen, dass sie eine Woche vor Black Friday rauskommt und das sind die meisten Vermutungen. Es gibt aber auch andere Vermutungen, die sagen, ja erst vor Weihnachten, nach Black Friday. Ich werde aber in Zukunft ein Video drüber machen, sobald ich weitere Informationen zum Release-Datum weiß. Denn wie gesagt, abonnieren, Glocke aktivieren und ihr werdet dann mitbekommen, sobald es neue Informationen zum Release-Datum gibt. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao, das Snipes Gaming Team.